Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part des Grandiosen Spiels namens Monster Generations ultimative Edition. So in der Art und wir jagen heute wieder zwei idiotische Insekten. Einmal den Sklaven und seine Königin. Bekannt als Seltas. Und sie als Königin. Kann ich nicht. Ich bin gerade noch zu ruhig. Das Monster hat doch nicht zu sehr provoziert. Warum kann dieses Monster mich einfach nicht produzieren? Spiel ein bisschen Musik. Wie niedlich. Und nicht wie südlich. Hör auf damit. Das Monster sollte mich provozieren und nicht du. Was ist denn dein Job überhaupt? Damage machen. Aha. Und mein Job ist, wie ich sie zu fangen und aus der Erde so zu kochen. Was meinst du? Wie wird die Sippe denn schmecken? Äh. Insektisch. Ich meine süß, sauer, salzig, bitter oder Omani. Scheiß, wie? Was? Wie schmeckt asiatisches Essen meinst du? Ich war zwar nicht nach dem Todler時間 in der Suche. Ich bin ja süßig. Aber ich hatte in der Todler dann her. Und Yego ist Weko. Okay. Das war nicht sehr witzig. Ich weiß. Super cool. Von wem? Von mir. Wieso? Ich will ihn hier ernsthaft töten Ich kann mich hier nicht heilen Und ich will auch nicht zu einem neuen Feld umgeflügt werden Diese Insekten wollen immer mich zu einem Feld umbauen Ich bin aber keine Person, die zu einem Feld werden soll Läuft Jetzt hat Stryker mich von ihm getrennt Danke, ja Das ist Stryker Ich glaube, er hat das jetzt aus Protest gemacht Von wegen, ja, ihr habt mich auch getrennt Alles kann ich mir jetzt nicht vorstellen Wer liegt im Zaun drin, dein Kopf und deswegen kann ich ihn nicht reiten Nein Böses Mädchen, böses Mädchen Ich glaube, es hat ihre Tage Oder warum streckt es immer Ich glaube, es ist ein Weibchen Bei so einem Gleisverhalten habe ich bei der Rolligen Katze meiner Mutter gesehen mal Was, du hast gerade gesagt? Ja, habe ich Was denn, wenn, 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 wenn von dem Vieh der Schwanz im Boden stecken bleibt Was, sahst du eh nicht aus Wie Das war meine Bestrafung Nein, du brauchst das Nein, das ist einfach ganz so zu Mann, was ist das denn? Du hast uns zu viel Loose, kannst du überhaupt sagen was? Nein, hab's verkauft mein Talent Ich hab mein Skiddy 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 Oh, Johnny Wo bleibst du, du Katze Ich hab mein Skiddy Nein Nein Ich hab einfach nur in Musik gedacht und dachte mir nurré Was vers Scripture Johnny Kein Deppen Oh Affen Und das war, so begrüße ich euch nach dem Cut, weil ich gewundert habe, es war wieder das gleiche Problem, rausgejoint alle und schwer, rausgejoint? Jo, wahrscheinlich, John, du weißt schon, was John heißt? Also, glücklich! Ja, das ist mein Ernst, sind alle rausgejoint? Ich kann nicht, ich kann nicht! Nein! Wenn ich lache, kann ich nicht richtig zocken! Gut! Das ist nicht möglich! Wir beruhigen! Ich binlledig! Oh, hier, kann ich nicht! Ich bin Cave��! Untertitelung des ZDF, 2020